Achtung! Das nachfolgende Video enthält pädophilen Inhalt. Wenn du auch auf kleine, nackte Kinder stehst und sie gerne vergewaltigen würdest, dann drücke bitte den Like-Button unter diesem Video. Viel Spaß! Ja, Freunde, wir sitzen jetzt hier gerade auf einer Kloschüssel, ob ihr es glaubt oder nicht. Und der Kruste ist hier am Hebel und gibt jetzt mal hier ordentlich Gas. Das ist übrigens nicht auf dem PC, sondern auf der Xbox. Wir haben sowas noch nie gesehen. Und das war es jetzt auch schon im Kruste. Ich weiß nicht, wo die Kloschüssel jetzt hin ist. Ich könnte auch mal versuchen.